Elfmeter, hallo, habt ihr gesehen? Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. Schien gut geschauspielert zu sein. Ja, total, ne? Die Reaktion hinter der Kamera war ja wirklich so method acting. Ja, voll. Ich habe mich richtig in die Rolle reingedacht, lassen wir den Ball jetzt eigentlich liegen? Ja, komm, tu ihn runter, doch. Gib dir nur Ärger. Nun denn, wer das nicht verstanden hat, das war eine wirkliche Veranschaulichung. Und das ist natürlich redundant an der Stelle, aber egal. Es war eine Veranschaulichung der umstrittenen Elfmeter-Szene am gestrigen Abend beim Spiel Arsenal gegen Bayern. Beziehungsweise der Nicht-Elfmeter-Szene. Es wurde ja nicht gefiffen. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ja. Gestern. War so ein Kreisliga-Moment, fand ich irgendwie. Total. Also so, guck mal, der Torwart spielt mit dem Ball rüber. Ja gut, dann machen wir Abstoß, oder? Soll ich den machen, oder was? So sah das aus. Und das ist ja auch der Grund, warum der Schiri hat ja auch gesagt, ich hab's gesehen, aber it was a kid-mistake, also das hat er wohl zu Harry Kane gesagt, oder so begründet, oder zu Tuchel, ich weiß es nicht mehr, einer von beiden hat es jedenfalls erzählt, dass es ein Kid-Mistake war. Also einfach ein Kinderfehler, wegen sowas pfeife ich in einem Viertelfinale nicht. Was ich auch auf eine Art verstehen kann, was mich aber als Bayern-Fan, glaube ich, unglaublich aufregend wird. Also, ich, für mich ist es kein Elfmeter. Für mich ist weder das ein Elfmeter, noch die Szene am Ende, wo Saka am Straf, ist es Davis, ich weiß es nicht genau, als andersherum, also das ist für mich auch kein Elfmeter, für mich ist dieses Ball in die Hand nehmen auch kein Elfmeter, weil, ja, Champions-League-Viertelfinale, ich stelle mir vor, das wäre jetzt deshalb entschieden worden, das ist ja auch irgendwie strange, aber wenn ich Bayern-Fan wäre, würde es mich, glaube ich, schon ein bisschen, da würde ich mir dann so denken, naja, gut, es ist schön, dass es ein Kid-Mistake ist, aber rein regelmäßig, äh, rein regeltechnisch, ist es schon eigentlich ein Elfmeter, mir ist warm. Ich, äh, ich sehe es so, genauso wie du, und ich sehe es auch wie der Schiedsrichter, ich finde es irgendwie, äh, schön, irgendwie berührt es mein romantisches Fußballherz, wenn jemand sagt, ich meine, es war keine Torchance, es war ganz offenbar irgendein Missverständnis, ähm, natürlich lebt der Fußball von Fehlern und insofern kann man sich auch darüber aufregen, aber es war kein Bayern-Spieler in der Gegend, es ist keine Ahnung, was da abgelaufen ist, die werden es erklären können. Ich finde, wenn man sowas auf der Ebene mal durchlaufen lässt, wenn genau das nicht passiert, dass man sozusagen die Entscheidung, also beziehungsweise eine Entscheidung wahrscheinlicher macht, dann, äh, ist es irgendwie auch so, dass ich das Gefühl habe, es ist halt immer noch Fußball, deswegen meinte ich auch, es war so ein Kreisliga-Moment, wo man wahrscheinlich auch damals schon irgendwie um 9.30 Uhr, äh, äh, gesagt hätte, äh, am Sonntagmorgen, ach komm, lass gut sein, ey, wir machen das Ding eh noch und, ähm, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht über die Pressekonferenz von Thomas Tuchel, dass er sich so wahnsinnig darüber aufgeregt hat, ne? Ja. Aber natürlich, der Mann steht auch unter Druck, ich finde, man sieht es ihm auch an, das tut mir irgendwie auch fast ein bisschen in der Seele weh, weil der Mann natürlich auch ein Stück weit seinen wahnsinnig guten Ruf, den er ja hatte, als er nach München gekommen ist, ne, den Trainer muss man holen, wenn er auf dem Markt ist und so weiter, jetzt bei Bayern, äh, ein Stück weit verliert und eben auch sich ja offensichtlich auch in den Dienst der Sache stellt, nämlich sagt, ich mach das jetzt noch zu Ende, ich mach das, versuch das auch manierlich zu machen und insofern, ohne jetzt, äh, in irgendeiner Form zu sagen, da bin ich parteilich, aber nach dieser verkorksten Spielzeit in der Bundesliga würde ich den Bayern fast gönnen, dass die jetzt doch noch mal irgendwie so ein, so ein, so ein, so eine zweite Luft kriegen in der Champions League und, und dann ist Finale durchmaschinen und jetzt nach dem 2-2 ist das ja, ist das ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hab das Spiel jetzt mit meinem besten Freund gesehen und wir haben jedes Mal, wenn Tuchel im Bild war, echt so gesagt so, Alter, was ist das eigentlich für eine Geschichte, weil du siehst irgendwie Tuchel in seinem Bayern-Trainingsanzug, wie er da jede Spielsituation mit, ähm, wirklich intensivster Mimik quasi kommentiert, ohne sie zu kommentieren und sich aufregt und den Kopf schüttelt und hier und alles mögliche, was er dann da immer so an der Seitenlinie macht, das ist dann so, das ist ja mittlerweile so ein typisches Bild, das kennen wir, wir kennen den frustrierten Tuchel im Bayern-Trainingsanzug, den sich aufregenden Tuchel, ähm, selten ist es der glückliche Tuchel irgendwie und jedes Mal haben wir so gesagt so, ah, es ist so krass, wie anders man auf Thomas Tuchel blickt jetzt, als noch vor einem Jahr, als es hieß, naja gut, ja, ob Nagelsmann-Entlassung jetzt rechtmäßig war, kann man sich drüber streiten oder zu früh oder was auch immer, aber jetzt kommt Tuchel und er räumt den Laden auf, so mit Tuchel werden die Bayern schon erfolgreich sein und dann das erste Spiel gegen Dortmund, punktgleich, die Bayern eigentlich am Wackeln und was passiert, nach irgendwie einer halben Stunde steht es 3-0 und Thomas Müller hat viermal gejubelt gefühlt. Und mittlerweile ist es so eine ganz andere Erzählung, dass Tuchel und die Bayern halt einfach überhaupt nicht funktioniert haben und ich kann dich total nachvollziehen, ich habe gestern auch so ein paar Mal gedacht, wie geil wäre es, rein auch so von der Erzählung her, wenn die Bayern jetzt die Champions League gewinnen würden, wenn Tuchel sich verabschiedet aus München mit dem größten Mittelfinger der Welt und zwar dem Henkelpott, wir sind nicht Meister geworden, Leverkusen ist zwar drei Monate vor Schluss schon, hat drei Monate vor Schluss schon den Titel klar gemacht, vielleicht ja dieses Wochenende, wahrscheinlich dieses Wochenende, wenn man ehrlich ist, im Pokal sind wir gegen Saarbrücken rausgeflogen, aber irgendwie unser manischer, verrückter Trainer, der jedes Spiel irgendwie in den Post-Match-Interviews seinen Verstand verliert, sich um Kopf und Kragen redet und sich am besten auch viermal selber widerspricht, hat uns jetzt hier irgendwie den Champions-League-Trophäe geholt. Also sie sind ja in einer außergewöhnlichen Situation, naja gut, sie sind auch schon manchmal sehr früh schon Meister geworden, aber dass sie jetzt in dieser Saison sich auf einen Wettbewerb konzentrieren können. Also im Grunde ist es, naja gut, sie müssen natürlich in der Champions-League bleiben, das wird schon irgendwie klappen, denke ich mal, aber sie können sich voll und ganz auf diese Champions-League-Spiele konzentrieren und eine Geschichte dieser Saison ist ja auch aus meiner Perspektive, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, dass Trainer wie Jürgen Klopp, bei dem ich mich auch immer gefragt habe, wie hat, was für eine Energie hat dieser Mann, dass er eben, also Saison für Saison wirklich immer, er ist in jedem Interview da, er ist in jeder Pressekonferenz da, er schafft es immer wieder, die Mannschaften zu erneuern, faszinieren und das gleiche gilt für Christian Streich und beide verabschieden sich am Ende dieser Saison mit dem, ich fasse es so zusammen, dass die Energie einfach nicht mehr da ist, beide so 55, 56, 57 und wenn ein Trainer aus meiner Sicht das sozusagen bis seinem Einsatz und seinem offensichtlich auch so diesen manischen noch top, dann ist es natürlich Thomas Duchel, also zumindest so, wie er von Zeitgenossen geschildert wird, das war ja auch schon in Dortmund so, dass manche Spieler gesagt haben, ey, der versucht mir praktisch jeden halb, zwei Meter Pass noch vorzuerklären und das lässt mich verkrampfen, ne, also dass er wirklich so detailgenau da reinguckt und er wird glaube ich jetzt, dieses Jahr 50, ist schon 50 und das frisst natürlich tierisch Energie und da muss ich an die Worte von Christoph Daumendenken, der ja auch so ein Maniker auf seine Art und Weise war, der gesagt hat, man verliert als Trainer in jeder Profisaison ein kleines Stück von seinem Finger, man merkt es nicht und irgendwann guckt man seine Hand an und stellt fest, ich habe keine Finger mehr und ich glaube dieses Gefühl, ich meine es ist jetzt ein hartes Bild, aber ich glaube dieses Gefühl hat so ein bisschen beschlichen Christian Streich und Jürgen Klopp, Jürgen Klopp setzt aus, Christian Streich bin ich mir gar nicht sicher, ob der überhaupt nochmal zurückkommt und Thomas Tuchel muss meines Erachtens auch aufpassen, dass bei ihm sozusagen dieser Effekt nicht schon früher einsetzt und deswegen, ja, also ich, vielleicht würde ihn das entschädigen, weil man muss ja auch, also wie er momentan wirkt, wie er aussieht, ich glaube das nagt wahnsinnig an ihm, wenn man so ehrgeizig ist und insofern hoffe ich, dass er, wenn er das schafft, zumindest ins Finale zu kommen und sich so einigermaßen manierlich aus München zu verabschieden, dass er das dann auch irgendwie genießen kann. Auch Harry Kane hat gestern vor den britischen TV-Kameras im Interview wieder erzählt, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut Thomas Tuchel seinen Job angeht, also dass er jede Halbzeitansprache, jedes Training mit so unfassbar viel Esprit leitet und da so viel reingibt, dass das ihn, also Harry Kane echt beeindrucken würde und ich glaube einen anderen Thomas Tuchel kennen wir auch gar nicht, wir kennen ihn auch noch in Mainz, wo er Sean Parker zusammengefaltet hat, hier nochmal eine Idee, da nochmal einen Trick und keine davon funktioniert, wo du jetzt den Vergleich mit Klopp und Streich aufmachst. Klopp und Streich wiederum haben ja dann auch noch dieses so, was ihnen nachgesagt wird, aber was natürlich auch wir alle irgendwie sehen, dieses menschliche, super nahbare, das hat Tuchel ja nicht nur. Tuchel ist so 100% detailversessener, akribischer Tüftler irgendwie mit eben dieser Halsschlagader bis zum geht nicht mehr. Also ich glaube, dass es bei ihm noch extremer ist und dann muss ich an einen Satz denken, den Christian Streich zu dir gesagt hat, hat im großen Interview Ende letzten Jahres, war das? Im September. Im September, genau, dass das Verlieren am meisten zerrt. Und wenn du sagst, Christoph Daum würde wiederum sagen, man verliert ein Stück von seinem Finger, dann ist so eine Saison, wie Thomas Tuchel sie jetzt hat, natürlich auch viel, viel anstrengender als Klopp bei Liverpool, wenn er alles gewinnt oder Streich mit einer super erfolgreichen Saison in Freiburg, weil diese Bayern-Saison ja nun wirklich niemandes ansprechen genügt. Francesco Di Neu schreibt in den Kommentaren, die Chelsea-Saison unter Tuchel mit dem CL-Triumph war doch in Pokal und Liga auch unter den Erwartungen gewesen oder Parallelität der Ereignisse und es stimmt tatsächlich, glaube ich. Also? Aber korrigiere mich, ist ja in Chelsea, als sie die Champions League geholt haben, nicht erst auch im Saisonverlauf gekommen? Ich meine, ja. Also da ist vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr Benzin im Tank gewesen. Das stimmt, das stimmt. Weil man ja auch immer ein Stück weit auf das aufbauen muss, was der Vorgänger dann gemacht hat. Wie auch immer, also um vielleicht nochmal auf das Spiel gestern zurückzukommen, es war auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung zu dem, was man sich ja in der Bundesliga fast gar nicht erklären kann, weil, also ich glaube, das kann man auch als Laie so sagen, bei Bayern ist es ja kein sportliches Qualitätsproblem, sondern es ist definitiv ein Mentalitätsproblem. Warum auch immer. Das hat man gestern wieder mustergültig gesehen. Wie viel Prozent am Trainer liegt, wie viel sozusagen vielleicht auch an der Statik dieser Mannschaft liegt. Ich meine, Stichwort Kimmich, Stichwort Goretzka und so weiter und so fort. Das ist ja auch gut, wenn sich das jetzt wieder verändert. Ich glaube, Goretzka hat gestern ein ganz gutes Spiel gemacht und das ist ja auch immer, wir bewegen uns jetzt eben auf die Crunch-Time der Saison zu und dann muss man sich vielleicht auch ein paar, vielleicht hat das sogar einen Vorteil, wenn man sich tatsächlich jetzt von der Meisterschaft komplett verabschiedet hat. Dass auch im Kopf der Spieler irgendwas passiert ist, dass sie gesagt haben, okay, das ist definitiv nicht mehr zu reißen, weil bis letzten Spieltag hat ja doch jeder immer noch gedacht, ui, 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 das kann ja immer noch mal, wenn dann eine Niederlage bei Leverkusen kommt, dann kommt vielleicht auch gleich die zweite, dritte, vierte und naja, ich glaube, das ist, das Thema ist abgehakt und insofern hat das vielleicht auch dazu geführt, dass man im Kopf jetzt ein bisschen freier ist und das Spiel war irgendwie spitze. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Also mal davon abgesehen, dass Spiele zwischen Arsenal und Bayern fast immer sehr viel Spaß machen. Vor allem in den letzten Jahren, beziehungsweise vor allem für Bayern-Fans in den letzten Jahren, die, also das mit diesem Bundesliga-Abhaken, klar, für die Champions League kann das was Gutes sein. Ich glaube, gegen Heidenheim hat man gesehen, das ist absolut hergeschenkt, das ist durch, sie sind mit einer 2-0-Verführung irgendwie in die Kabine spaziert, alles war entspannt, sind herausgekommen, als ob irgendwie, ja, ist ja auch irgendwie alles egal, so ein bisschen mit der Attitüde und auch Tuchel hat zum Beispiel ja Eric Dyer und Matthias Tillich auf der Bank gelassen und Übermeccano und Minji Kim in der Innenverteidigung spielen lassen gegen Heidenheim. Zweite Garde aktuell, klar, vor dem Champions League, vor dem wichtigen Champions League-Spiel nochmal eine Pause gönnen etc. pp. ist tatsächlich völlig nach hinten losgegangen, muss man so sagen, gegen Heidenheim. Max Eberl wiederum hat nach dem Spiel aber am Wochenende ja gesagt, naja, wir müssen schon noch gucken, dass wir die Champions League erreichen. Das darf halt nicht passieren, dass jetzt wirklich so in der Bundesliga irgendwie der komplette Leistungsschwund stattfindet. Es gibt immer noch einen ordentlichen Puffer auf Platz 4, also das wird im Zweifel nicht stattfinden, aber Eberl hat es zumindest mal in den Raum geworfen. Es hilft natürlich auch nichts, die Bundesliga irgendwie komplett aus den Augen zu verlieren. Dennoch fand auch ich es absolut krass, wie man da gestern so gesehen hat, okay, jetzt wo so das Spotlight an ist hier von der Königsklasse, der Hochglanz-Wettbewerb, haben manche Spieler wie ausgewechselt gespielt. Also einmal Leroy Sané, ein sehr starkes Spiel gemacht, ein paar Aktionen drin gehabt, wo ich mir wirklich dachte, ei, 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 lass den auch nochmal in der Nationalmannschaft zum Beispiel neben einem Wirz und einem Musiala irgendwie auftaucht und dann ist es nochmal ein ganz anderes Spiel. Es hat mit Soli über den Platz getanzt und gerannt wie sonst was, also es war wirklich beeindruckend teilweise, dann auch wieder ein, zwei glücklose Aktionen drin gehabt, aber da hatte man auch das Gefühl, er will vielleicht auch nochmal was beweisen. Es wurde ja auch vor dem Spiel überliefert in den Medien, er spiele um den Vertrag und so weiter und so fort. Und da bietet sich natürlich so eine Champions-League-Bühne auch nochmal mehr an als ein Samstag 15.30-Kick in Heidenheim. Ein Gnavri war sehr stark, Goretzka war sehr stark, die auch zwei Spieler, die vielleicht was zu beweisen haben, nicht nur im Verein, sondern auch mit einem Blick Richtung Europameisterschaft. Wobei man dazu sagen muss, Gnavri hat, glaube ich, das bestätigt, eine Muskelverletzung, ein Faserriss, also insofern, er fällt jetzt erstmal aus. Sehr bitter, weil er ja auch gerade erst wiederkommt von einer Verletzung und eigentlich ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat. Und ausgerechnet Gnavri, der natürlich in London trifft gegen Arsenal, ausgerechnet, völlig klar. Aber ja, das war schon teilweise, gerade die erste Hälfte hat als Zuschauer total Spaß gemacht, auch in der zweiten Hälfte war Bayern fast nochmal ein Tick besser als Arsenal, irgendwie gerade hinten raus. Aber gerade die erste Hälfte hat als Zuschauer total Spaß gemacht. Das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, wo ich vor einem Champions-League-Abend richtig Bock auf das Spiel hatte, wo ich mir so dachte, ey, das ist irgendwie mal wieder eine Paarung, die wirklich, weil du, wie du gesagt hast, Arsenal gegen Bayern macht irgendwie immer Spaß, die wirklich, wo ich wirklich nachmittags schon sage, auch heute Abend Fußball gucken, freue ich mich richtig drauf, hatte ich bei der Champions League lang nicht mehr. Und das Spiel hat sportlich auch absolut abgeliefert. Es ist jetzt ein völlig offenes Rückspiel. Nächste Woche wird auch total geil, weil das Parallelspiel, wo ja der Halbfinal-Gegner von dem Sieger aus Bayern gegen Arsenal ausgemacht wird, Real Madrid gegen Manchester City, auch gestern lief. 3 zu 3, auch ein spektakuläres Spiel, fußballerisch auf einem völlig geisteskranken Niveau. Also ich habe es so aus halbem Auge verfolgt, weil das parallel lief direkt auf einem anderen Bildschirm in der Bar, in der ich war. Fußballerisch völlig, wirklich absurd, was da ging. Allein irgendwie vier dieser sechs Tore, die gefallen sind, sind ja irgendwie Tor des Monats Kandidaten. Also das war wirklich komplett verrückt und na klar kommt Real am Ende zurück und Ancelotti nimmt das einfach nur so Kaugummi-Kauen zur Kenntnis und geht da seine Kreise an der Seitenlinie. Also wirklich, fußballerisch gestern Abend zwei Bretter und hat wirklich Spaß gemacht, sportlich das irgendwie zu verfolgen. Und vor allem verspricht das jetzt halt einen völlig offenen, einen völlig offenen Kampf ums Halbfinale in der nächsten Woche. Und das finde ich spannend, weil Champions League irgendwie lange nichts mehr mit mir gemacht und gestern war das irgendwie ganz cool. Vorgezogenes Finale aus meiner Sicht auch ein bisschen dieses Stimmen schon. Ja, total. Das habe ich gestern auch gesagt. Und schon doch nochmal irgendwie ein anderes Niveau. Und auch das ein Vorteil vielleicht für die Bayern, dass da sich sozusagen zumindest eine Mannschaft schon mal verabschiedet. Da muss natürlich im Halbfinale im Zweifel alles stimmen. Aber puh, warum soll das nicht passieren? Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, weil ich glaube heute Morgen stand es auch in unserem Newsletter. Angezählte Bayern sind immer mit Vorsicht zu genießen. Habe ich ehrlich gesagt in dieser Spielzeit schon öfter gedacht. Ist oft nicht eingetreten. Aber spätestens gestern Abend kann man wieder Hoffnung haben. Und vielleicht ist das ja sozusagen auch so ein bisschen das Entree in diese Europameisterschaft, dass wir uns jetzt die ganze Saison schon gegrämt haben. Oje, oje, oje. Wo geht es denn hin mit dem deutschen Fußball? Sowohl national als auch dann eben auf Nationalmannschaftsebene. Und jetzt wird es doch ein Happy End. Und wir freuen uns auf das Sommermärchen 2-0. Mal versöhnlich werden. Warum nicht? Apropos versöhnlich, wollen wir noch einen kleinen Blick auf das Spiel heute Abend werfen? Wie soll ich noch versöhnlich bleiben? Naja, Dortmund. Ja, natürlich. Heute Abend wird der Borussia Dortmund natürlich auch das wieder gut machen, was sie am Wochenende. Die fünf Jahre. Naja, ja, klar. Dortmund hat am Wochenende gegen Stuttgart verloren. Waren aber zumindest im Vergleich zu anderen Saisonphasen finde ich recht stabil. Und haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Haben auch am Wochenende davor gegen die Bayern gewonnen. Also es wirkt aktuell zumindest ein bisschen gefestigter als noch in anderen Phasen. Das ist natürlich trotzdem immer noch einfach eine schwere Saison für Dortmund. Aber heute Abend gegen Atletico, Terzic gegen Simeone. Macht das irgendwas mit dir? Ja, natürlich macht das was mit mir. Simeone schalte ich alleine schon ein, weil da würde mir schon reichen, nur in die Coaching-Zone die Kamera zu halten. Da brauche ich mir das Spiel gar nicht anzugucken. Sehe ich genauso. Ich muss sagen, auch da würde ich jetzt schon mal die Dortmunder so ein bisschen in Schutz nehmen. Gegen Arsenal zu spielen im Viertelfinale in der Champions League finde ich wesentlich dankbarer als gegen Atletico zu spielen. Ich finde es eh immer unglaublich undankbar gegen Atletico zu spielen. Atletico eh immer undankbar. In so einer Phase bei Dortmund, wo man nicht weiß, nicht Fisch, nicht Fleisch, ist bei Bayern ja auch ein Stück weit so, unangenehm. Und deswegen bin ich gespannt, wie das ausgeht, weil bei Terzic hat man ja auch öfter das Gefühl, jetzt hat er sich was überlegt und das hat dann auch mal hintergehauen. Und ich glaube, die haben auch was gut zu machen, so ähnlich wie die Bayern. Das geht natürlich auf so einer Ebene dann auch ganz gut. Aber wie gesagt, sehr unangenehmer Gegner, der eigentlich immer sich sehr gut auf die Mannschaften, auf die Gegner einstellt. Deswegen völlig ausgeglichen aus meiner Sicht. Absolut, beziehungsweise ich sehe vielleicht sogar die Vorteile ein bisschen bei Atletico und Simeone, weil es auch mit ihrer ja doch eher defensiven Spielweise, beziehungsweise ekligen Spielweise, um mal diese Sprecher zu bedienen, finde ich eine Mannschaft auch für so einfach so K.O.-Spiele sind, für so Champions League-Abende. Und ich ist Dortmund vielleicht noch nicht ganz zutraue, weil Atletico auch gut drauf ist. Wenn ich mir zurecht immer tippen würde, würde ich 2-1 Atletico tippen. Und es wird ein fußballerisch nicht sehr ansehnliches Spiel. Aber ich habe auch Bock drauf, allein schon wegen der Simeone, wegen dem Simeone-Aspekt, irgendwie Lust, beide Trainer auch in dieser Konstellation zu beobachten. Ich weiß nicht, ob es dankbarer ist, gegen Arsenal zu spielen, als gegen Atletico aktuell. Von so der Spielweise und so kann ich das absolut verstehen, weil Atletico immer unangenehm. Aber man darf nicht vergessen, Arsenal ist aktuell Tabellenführer der Premier League. Arsenal ist so ziemlich die formstärkste Mannschaft oder eine der formstärksten Mannschaften Europas. Und das war schon nicht, also als Gegner schon echt nicht ohne. Und auch jetzt noch mal was anderes, als man gesagt hat, als die Paarung ausgelost wurde. Da hieß es, es ist ein recht einfaches Los für die Bayern, zumindest aus dem Line-Up, was es noch irgendwie gab. Aber das war schon gestern eine aktuell sehr gut eingespielte, sehr einfach stabile Mannschaft, die die Bayern ziemlich effektiv aus dem Gefecht genommen haben. Also ja. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht, beide wahnsinnig starke Gegner, aber ich bin auf der anderen Seite der Ansicht, ab dem Viertelfinale der Champions League kann jeder jeden schlagen. Das sowieso. Und an der Stelle, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die Offensivfußball wollen, wo sich vielleicht auch einige, du hast Leroy Sané genannt, Leon Goretzka, die sich vielleicht auch nochmal beweisen wollen, die nochmal was zeigen wollen, die vielleicht auch nochmal präsentieren wollen, dann ist es aus meiner Sicht dann doch dankbarer, als gegen eine Mannschaft, die seit Jahren sich genau auf Gegner einstellen kann, die auch die Geduld hat, defensiv zu stehen. Ich denke jetzt irgendwie mal an die Worte von Friedhelm Funkel von letzter Woche. Wir warten einfach ab und irgendwann kommt schon die Chance. Und so sehe ich auch ein Stück weit Atletico. Bei Atletico geht es an dieser Stelle darum, so weit wie möglich zu kommen. Und ich glaube, deswegen werden sie dann auch eben so ihre Fort Knox-Taktik da spielen. Und Borussia muss sich dann eben darauf irgendwie einstellen. Und da bin ich gespannt. Aber es macht es ja auch, zumindest aus fußballtaktischer Sicht, du hast ja gesagt, es wird wahrscheinlich kein wahnsinnig ansehliches Spiel, wo wenn du 2-1 tippst, dann könnte das schon ansehlich sein, weil dann zumindest drei Tore gefallen sind. Bei Atletico ja manchmal auch. Aber ich glaube, es wird letztendlich darum gehen, wer weniger Fehler macht. Und deswegen gucken wir mal, was sie sich beide da überlegt haben. Dortmund natürlich auch diverse Spieler, die noch was zu beweisen haben, auch Richtung EM. Denn von denen war nur Niklas Vöhlkrug ja letztes Mal dabei. Aber bei Atletico, manchmal machen sie es dann ja auch wiederum anders. Manchmal erwartet man irgendwie so einen tiefen Block und dann zumindest zu Beginn pressen sie extrem hoch oder irgendwie sowas. Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund es vielleicht auch vorsichtiger angeht und vielleicht auch sagt, ey, macht ihr doch mal. Schaut ihr doch mal, was ihr mit dem Ball anfangen wollt. Und das ist dann vielleicht auch taktisch durchaus, wenn auch nicht fußballerisch ansehnlich, durchaus taktisch interessant werden könnte. Aber das sehen wir dann alles heute Abend, bevor wir vielleicht gleich nochmal ein wenig Ergebnisservice mit Blick auf die Frauen Nationalmannschaft machen, die gestern auch gespielt haben. Tim, rein theoretisch könnten am 1. Juni beim Champions League Finale, nee, Quatsch, doch, das ist am 1. Juni, in Wembley wieder Bayern und Dortmund aufeinandertreffen. In einer Neuauflage des Finales 2013. Rein theoretisch. Dafür müsste natürlich einiges passieren. Die Bayern müssten City oder Real im Halbfinale ausschalten und so weiter und so fort. Aber stell dir das mal vor, Leverkusen wird Meister Monate vor Saisonende oder anderthalb Monate oder was auch immer. Und parallel ist aber dann wieder der deutsche Fußball am Zenit, weil Bayern und Dortmund im Champions League Finale stehen würden. Ich finde es sehr, sehr geil. Naja, und Leverkusen holt dann ja noch die Euro League. Stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Stimmt. Alter, stell dir das mal vor. Ja, ich versuche es mir vorzustellen, fällt mir allerdings schwer. Nicht nur, weil bei meiner Gehirn wir nun mittlerweile wie Mühlsteine arbeiten, aber auch weil, ja, wir haben jetzt sehr ausführlich darüber, ich will es auch nicht schlecht reden. Es wäre insofern eine nette Vorstellung, weil dann alles, was wir hier über Monate gemacht haben im Themenfrühstück, in unseren auch sozusagen Betrachtungen, online und auch im Heft zum deutschen Fußball, zu den Schwierigkeiten, die ja vielleicht auch der DFL und dem DFB bevorstehen, dass es dann alles Lügen gestraft wird und dass man dann sagen kann, am Ende werden die noch Europameister und dann ist alles, was wir über zwölf Monate gequatscht haben, einfach Unsinn ist. Und das wäre dann auch wieder Fußball und das Schöne am Fußball. Total schön wäre es natürlich, auch Leverkusen holt das Triple, irgendwie Bayern oder Dortmund und einer von beiden wird Champions League Sieger, der andere wiederum Vize. Und Deutschland scheidet in der Vorrunde aus. Naja, sprechen wir dann alles in Monaten drüber, wenn genau das Gegenteil eingetreten ist. Nochmal, wie versprochen, die deutsche Frauennationalmannschaft hat auch gestern gespielt und zwar gegen Island. Oh, was eine Überleitung, was eine Überleitung. Das war noch nicht mal Absicht, aber wir haben gleich auch noch die Kurvenschau im Gepäck und können die Überleitung hier natürlich fließend gestalten. Ja, Deutschland 3-1 gewonnen, ungefährdet, souverän gespielt, Oberdorf, Schüller, Doppelpack, Horst Rubisch glücklich gemacht, gegrinst, hat er nach dem Spiel. Sieht wahnsinnig gut aus, Horst Rubisch, finde ich. Super, er sieht total fit aus, total, exakt darüber habe ich gesagt. Ey, er sieht total fit aus, total happy, total gut drauf. Mag auch dieses Hippie-Outfit, was er sich so langsam jetzt so angewöhnt, diese langen Haare und so. Ich glaube, er ruht einfach in sich. Naja, gut. Naja, Olympia kann kommen und dann auch die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Die Frauennationalmannschaft hat scheinbar wieder in die richtige Spur gefahren. Genau, das war, glaube ich, der entscheidende Sieg zur Quali, oder? Nein, nein. Das war das zweite Spiel. Aber sie haben es wieder gewonnen. Aber sie haben es wieder sehr souverän gemacht und es wirkt einfach so, als sei die Stimmung wieder gut, als hätten auch alle wieder Bock. Alle Spielerinnen wirkten auch gut drauf und haben auch in höchsten Tönen wie immer über Horst Rubisch geredet. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendwer hat gesagt, wir wissen, was Horst will. Und das, finde ich, ist so ein schönes, so, da hast du dann das Gefühl, dass Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer stimmt, was ja in den letzten Monaten wohl oftmals nicht dabei war. Aber, ja, das war der Anfang unserer Kurvenschau. Machen wir noch weiter, Grupper? Ja, machen wir. Ja, würde ich sagen. Also, steht ja auf dem Programm. Vielen Dank auch wieder an alle Einsendenden. Wie schon gesagt, wir fangen an mit Deutschland gegen Island. 3 zu 1. Moritz war unter anderem da, zusammen mit 16.502 anderen. Und er schreibt, dass die Stimmung erstaunlich gut war für ein Länderspiel. Es gab sogar den Versuch eines Vorsängers, sich zu etablieren. Der wird ja auch gerade noch für die EM gesucht. Also in Aachen gibt es einen Kandidaten. Und wir gucken in die Zukunft. Internationaler Fußball in Aachen. Es entsteht gerade was dort. Wir bleiben beim Thema Frauenfußball. Wir bleiben beim Thema Frauenfußball und blicken auch auf das erste Qualifikationsspiel der Gruppe. Das ist in Linz, Österreich gegen Deutschland. Fiona war da, hat vor 7.500 Zuschauern den 3 zu 2 Sieg ein wenig glücklich zustande gekommen für die deutsche Nationalmannschaft gesehen. Nach 17 Minuten stand es ja bereits 2 zu 0 für die Österreicher. Ansonsten beschreibt sie es aber als wunderbares Erlebnis. Neun von elf Freunden, gute Stimmung, kulinarisches Angebot, überragend und ein echt spannendes Spiel. Kulinarisches Angebot, überragend und dann ist es einfach nur eine Brezel. Vielleicht war es eine super Brezel. Ich finde, eine gute Brezel kann dein Leben verändern, sagt man ja immer. Das stimmt, Brezeln sind fantastisch. Dann bleiben wir doch. Aber was ist eigentlich dann das kulinarische Angebot? Das würde mich dann ja schon fast wieder interessieren. Das hat sie nicht geschrieben. Käsekreiner vermutlich auch, aber geht das dann noch weiter? Bist du Fan von so exotischen kulinarischen Angeboten in Stadien oder willst du lieber nur Wurst und Brezel? Also im Olympiastadion kriegst du ja mittlerweile da alles. Du kriegst ja ein Burrito, du kriegst eine Quesadilla, du kriegst einen Döner, du kriegst einen Crepe, du kriegst Popcorn, du kriegst alles, was du willst drumrum. Willst du sowas oder willst du lieber einfach nur eine Bratwurst? Ich will mich nicht so als Geizkragen irgendwie hier outen, aber ich muss sagen, bei Großveranstaltungen allgemein hat nicht nur mit Fußball zu tun. Ich finde, egal was da angeboten wird, es ist so gnadenlos überteuert. Ich habe noch nie im Stadion wirklich so gegessen, gegessen. Ja, und deswegen, ich würde, glaube ich, nie ins Stadion gehen und zu sagen, da muss ich jetzt mal auf jeden Fall gleich nochmal richtig spachteln. Und deswegen, ich mag gerne mexikanisches Essen. Klar, wenn es angeboten wird, ist gut und wenn ich wirklich Hunger habe, prima, mehr als früher auf jeden Fall. Aber, ja, brauche ich ja jetzt nicht zu sagen. Ich finde es auch immer doof, zu sagen, ja, früher Bier und Bratwurst, dann war es auch gut. Aber wenn ich ins Stadion gehe, dann reicht das erstmal. Stark. Ich habe am Wochenende bei Babelsberg Süßkartoffelpommes gegessen und sie waren ganz gut. Wollte ich nur erzählt haben. Jeder, wie er mag. Hauptsache es macht Spaß, ins Stadion zu gehen. Und was für mich, also beim Stadionbesuch, also wenn wir jetzt sozusagen über die Klassiker reden, ja, Bratwurst und Bier und so weiter. Was für mich das Wichtigste ist, mit netten Leuten Quatsch reden. Das ist für mich das Allerwichtigste. Darauf kann ich nicht verzichten. Willkommen beim Themenfrühstück. So, dann bleiben wir doch beim Thema Käsegreiner, denn die gab es auf jeden Fall beim First Vienna FC. Da gab es, wie uns Daniel berichtet, Spritzwein und Käsegreiner als Kombination. Scheint großartig gewesen zu sein. Es waren übrigens gleich zwei Zuschauer da. Stefan war auch da. Sie sahen letztendlich ein 7 zu 3. Das erste Mal, dass der First FC Vienna mehr als fünf Tore schießt seit 1998. Also ein Spektakel. 5 zu 0 Führung bereits zur Halbzeit. Und vier Tore hat geschossen ein gewisser Kelvin Boateng. Seinen Namen sollte man sich merken. Schlussfolge an die beiden. Glückwunsch zum First FC Vienna. Übrigens ist wirklich der älteste Verein Österreichs und auch das älteste Stadion. Österreich sehen wir. Und wie Tim Jürgens im Elf-Freunde-Kneipen-Quiz neulich gelernt hat, hieß das zwischendurch Teddy- und Plüsch-Stadion. Ah ja. Und natürlich die Naturtribüne gegenüber ist ja legendär bei der Vienna. Und ich hoffe, kommt noch vielleicht noch aus dem Kabinengang, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Untergang unter dieser Tribüne, von wo das Foto geschossen ist. Darunter gibt es ja sozusagen dann auch das kulinarische Angebot. Das ist auch spitze. Da ist immer eine super Stimmung. Da war ich schon öfter und ich gehe da sehr gerne hin. Reisetipps präsentiert von Elf-Freunde. Dann blicken wir einmal auf die Einsendung von Thomas, der sie vor allem, wie er schreibt, wegen der vielen verschiedenen geometrischen Formen geschickt hat, die man jetzt hier auch erkennen kann. Wir sehen tatsächlich sehr viel für Mathe-Leistungskursler und finden es auch eigentlich noch ein schönes Foto. Darum zeigen wir das hier zum Spiel. Selber schreibt da gar nichts. Das lassen wir auch mal getrost weg. Genießt einfach einen Augenblick dieses Bild. Aber das ist, glaube ich, auch diese Fischei-Optik, die das iPhone inzwischen kann oder so. So viel Fisch finde ich das kann. Ja, ein bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall im Weitwinkel fotografiert, glaube ich. Aber trotzdem, also die Kurvendiskussion, die man anhand der Tribüne da hinten machen könnte. Ah ja, okay. Kurvendiskussion in der Kurvenschau. Blicken wir weiter in einen argentinischen Dorfkick. Eine Einsendung ohne Namen. Ja, der ist gerade mit dem Fahrrad in Südamerika unterwegs und ist dann an einem Dorf vorbeigekommen. Dorfkick ist ein ganz geiler Titel. Ja, was anderes. Ich glaube, die beiden Mannschaften haben jetzt keine wirklichen Namen. Auf jeden Fall gibt es dort drei Fußballplätze direkt nebeneinander und damit verbraucht der, also die Fußballplätze nehmen mehr Platz ein als die Häuser wohl, schreibt er oder sie. Von daher auch eine Erwähnung wert. Ich finde es auch wirklich ein tolles Bild, was wir hier noch haben. Definitiv. Und zum Schluss springen wir zum, beziehungsweise nicht ganz zum Schluss, springen wir zum FC St. Pauli Frankreichs. Das ist Paris Red Star. Da war Finn und sein Kumpel vom 1. FC Schöneberg. Dort wird gerade umgebaut. Das ist das Topspiel der dritten Liga. Tabellen Erster gegen Tabellen Zweiter. Red Star ist gerade Tabellen Erster. Ich werde mich weigern, die Auswärtsmannschaft auszusprechen, weil ich, glaube ich, der schlechteste französische Sprecher der Welt bin. Aber sie kommen auch jedenfalls zu einem großartigen Erlebnis. Genial gelegen, mitten im Wohngebiet. Wunderschönes Stadion. Top-Stimmung. Elf von elf Freunden. Schön. Und das hier ist das kulinarische Angebot, was sich ja wie ein roter Faden durch diese Kurvenschau zieht. In Paris bei Red Star. Ich wollte gerade sagen, mich hat es schon immer genervt, dass man immer ein Brötchen, dass man die Bratwurst mittlerweile ein Brötchen bekommt. Aber jetzt dann noch die Pommes im Brötchen. Das ist schon eine spezielle Komponente. Ja, also vor allem kommt es zu dem Schluss, die Wurst war wohl wirklich gut, die Pommes unterirdisch. Na gut. Aber wenn man dann zumindest schöne Stimmung und ein gutes Spiel geboten bekommt, dann kann man, glaube ich, auch schlechte Pommes schmerzen. Nächstes Mal einfach eine Brezel nehmen. Gut, also mich hätte tatsächlich interessiert, vielleicht können wir es noch mal dazu sagen, wo der Dorfkick so ungefähr stattgefunden hat. Also in welchem Ort oder in welcher Region von Argentinien. Warte, das kann ich dir unterwegs, Fahrrad. Huancca. Huancca? Ruta Quatorze. Die Ruta 40. Ich gucke das gleich alles nochmal auf. Wir gucken das gleich nochmal auf. Ich liefere das dann gleich noch nach. Frag nochmal nach, wie was genau in Linz angeboten wird im Stadion. Und dann arbeiten wir diese Kurven-Schau so sorgfältig nach. Kommen wir jetzt dann noch. Haben wir hier eine Einsendung aus dem Haus. Ja, ich glaube, Themenfrühstück-Zuschauer kennen den Lösel schon als Torschützen des Medienliga-Kicks. Julian, Max und Lösel. Markus Lösel waren beim Lichtenberg-Derby. Und Lennart ist nicht Praktikant bei uns. Der war aber trotzdem beim Lichtenberg-Derby. Lichtenberg 47 gegen Sparta-Lichtenberg. Hier direkt um die Ecke, direkt neben der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße. Ein Spitzenspiel, kann man sagen. Lichtenberg 47 kämpft ja gerade um den Wiederaufstieg in die Regionalliga. Hat souverän mit 3 zu 0 die Verhältnisse im Stadtteil Lichtenberg. Na klar. Zurechtgerückt ist wieder die Nummer 1 Lichtenbergs. Und es gibt mittlerweile, wie man feststellt, sogar Wäschi-Hotdogs in Lichtenberg. Das ist für Stefan auf jeden Fall die Ausrufezeichen-Taste wert. Und ein Smiley mit einem explodierenden Kopf. Weil in Lichtenberg gibt es jetzt offenbar Wäschi. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber schön. Also auch dort entwickeln sich Dinge. Und ich finde, muss ich wirklich sagen, es ist eigentlich mein Lieblings-Amateur-Stadion in Berlin. Ich finde es wunderschön. Also immer eine Reise wert. Und die 47er wahrscheinlich dann nächstes Jahr hoffentlich auch wieder über Regionall. Meine Frage wäre ja nur, bei wie vielen Spielen war Markus Lösel noch an diesem Tag? Denn was viele nicht wissen, Markus Lösel hat, glaube ich, seit er für das Praktikum nach Berlin gekommen ist, pro Minute 6 Groundhopper-Punkte gesammelt. Wir müssen mal gucken, ob er hier überhaupt noch da ist. Oder auch gerade wieder schon unterwegs bei irgendeinem Kick. Ja, halt wirklich. Ja, ja. Muss man mal ganz genau hingucken. Naja, und die trägt er natürlich alle ein bei Footballogy, der einseitigsten Medienpartnerschaft, die es je gegeben hat. Und wir machen Werbung für sie und sie ignorieren uns. Naja, gut, dann kommen wir noch zu einem Gesamtüberblick. Wir sehen auch hier nochmal exemplarisch, wie beliebt einfach bei unseren Zuschauern die zweite Liga ist. So sieben von neun Spielen wurden eingeschickt. Wir sehen wunderbaren Himmel in Rostock. Wir sehen Gunnar, unser ehemaliger Praktikant beim Auswärtsspiel von Schalke. Wir sehen Mike, der laut Footballogy sein 200. Spiel in der Bremer Brücke gesehen hat. Nürnberg, Düsseldorf, Karlsruhe und das schönste Stadion unten rechts. Das Stadion vom Hamburger Sportverein beim 2-1-Sieg gegen Kaiserslautern. Aus der Gästekurve gesehen. Wir bedanken uns auch bei vielen weiteren Einsendungen, die wir hier auch nochmal verkürzt sehen. Unter anderem auch zwei vom Derby in Essen. Und ich zeige euch zum Schluss einmal den Arminia-Sportplatz von Stefan, den er eingesendet hat. Also in Hannover. Und wie ihr das schon kennt, es soll enden mit einem schönen Himmel. Den schönen Himmel gibt es diesmal in Oldesloh bei Gegen-Eintracht-Groß-Grönau. So, Oldesloh und Grönau. So sind die Umlaute richtig verteilt. Wir haben das ja hier mit den Umlauten auch ab und an mal falsch gehabt. Ja, mit diesem Himmel verabschiede ich euch. Ich weiß nicht, wenn ihr noch letzte Worte habt oder andere Sachen als Daumen einfordern wollt, dann tut das bitte jetzt. Das hast du ja jetzt schon gemacht. Naja, ich finde, man kann auch ein bisschen deutlicher einen Daumen einfordern. Ja, man sollte auf jeden Fall jetzt nochmal einen Daumen geben. Das war erstmal eine spitzenmäßige Kurvenschau und wie ihr das Themenfrühstück ansonsten fandet, das müsst ihr beurteilen. Also wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen und äh... Wie hast du es vorhin noch genannt? Mit netten Leuten was reden? Mit netten Leuten Blödsinn reden. Ja. Ich finde, das steht auch, glaube ich, so bei YouTube in unserer, äh, Caption. Zurecht, wie ich finde. Zurecht. So, damit haben wir Gerhard Schröder auch noch zitiert und damit kann nichts mehr kommen, oder? Gut, wenn nichts mehr kommen soll, dann beenden wir das. Vielen Dank. Das war der Mittwoch beim Themenfrühstück und morgen gibt es wieder ein brandneues Themenfrühstück zu den Spielen Borussia Dortmund und zu PSG gegen Barcelona, wenn ich mich nicht irre. Viel Spaß damit. Also, bis morgen. Bis morgen.